Hallöchen da draußen, herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Unseren klappernden Kollegen beim Rumlaufen, stimmt, stimmt, stimmt. Ist wieder ein paar Tage her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Erstmal wieder ein kleines bisschen reinkommen. Ja, dieser Anblick hier, der ist ehrlich gesagt so ein kleines bisschen traurig. Ich erinnere mich, wir haben das letzte Mal hier die Leute ein bisschen untersucht, und soweit es eben ging, soweit es in unserer Macht stand. Und ich meine mich zu entsinnen, es wird auch heller, dass es jetzt gerade morgens ist. Das ist eigentlich ausgezeichnet. Aktuelle Mission, ja, finde das abgestürzte Flugzeug. Ach, guck mal hier, mit Tab ist mir noch nie aufgefallen, dass man da auch sich erstens die Mission anzeigen lassen kann und auch die Tageszeit, sehr praktisch, gut zu wissen. Hat ja auch nur eine Million Folgen gedauert, bis ich das gemerkt habe. Ja, wir müssen ein kleines bisschen Inventur machen mal eben. Wie sieht es denn aus? Also, haben wir denn alles angezogen? Nee, haben wir nicht. Aber ich glaube, wir haben schon so das Beste an, was wir haben, oder? Vermute ich mal, hoffe ich mal. Will ich doch mal hoffen, dass wir es so getan haben, der Vergangenheits-Ochi. Ja, Schokopudding ist wichtig. Ja, ich dachte, du wärst schon im Fresskoma, John. Was ist denn da los? Trotzdem noch, trotzdem noch ein bisschen Nachspeise. Klar, warum nicht, kann man machen. Ich glaube, mein Sound wird viel zu laut eingestellt sein. Ich werde mich vorzüglich erschrecken. So, hier haben wir aber nichts Besseres. Die Hosen, die sind nicht besser. Zustand von den Schuhen ist okay, alles klar. Schuhe sind mir aus irgendeinem Grund immer besonders wichtig. Naja, gut, wir können hier direkt, wir können eigentlich direkt mal ein bisschen mit zerlegen anfangen. Von dem alten Ranz. Wir müssen ja auch ein bisschen Platz schaffen für neuen Loot, ne? Wobei, so überfüllt sind wir jetzt gerade gar nicht. Das ist eigentlich ziemlich gut. Finde ich ganz in Ordnung. Ja, Schokopudding geht immer, kommt auf die Menge an. Das kann man ja eigentlich ganz gut einteilen. Kann man ja ganz gut ad hoc entscheiden, wie viel man da will oder wie wenig. Äh, die sind auch nicht besser als die, die wir anhaben. Okay. Dann, äh, ab dafür. Einmal. Zerlegung. Und wenn wir damit fertig sind, ist es abends. Hm, stimmt. Jo, jetzt haben wir ansonsten alles an, ne? Hervorragend. Gut. Ja, ansonsten, ich... Genau, wir haben so ein bisschen was von allem. Das ist ganz okay, aber jetzt nicht zu viel. Nicht irgendwie 20 Bücher oder so. So, Energydrink haben wir am Start. Ein bisschen Wasser haben wir am Start. Das ist alles, was wir an Essen und Trinken haben. Ah, das ist gut zu wissen. Und inzwischen ist es wirklich hell. Das ist gut zu wissen, weil da müssen wir hier mal in unsere zuverlässige Truhe gucken. Und schauen wir, dass wir da ein bisschen was abnuckeln. Hier so ein Käffchen zum Beispiel könnten wir uns machen. Jetzt am Morgen, bevor wir losgehen. Genau, und dann hier so ein bisschen was zu trinken vielleicht. Wir haben so viele Streichhölzer. Das ist ja unfassbar. Ein bisschen Dogfood. Oh, das sieht ja gar nicht mehr so gut aus. Das sah nicht mehr so gut aus. Ich weiß nicht, ob wir das essen sollen, ehrlich gesagt. Vielleicht besser sowas. Wenigstens haben wir hier noch ein bisschen was. Hier die ranzige Limo vielleicht. Oh. Das könnten wir vielleicht noch machen. Ein paar Cracker. Ein paar Cracker. Aber dieses schlechte Dogfood, das ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu riskant. Das ist mir nicht ganz. Das ist mir ein bisschen suspekt. Und was ist damit hier? 1,4 Kilo Maräne. Hier, Heringsmaräne. Das müssen wir aber auch mal aufessen. Ist doch klar. So leckere Sachen haben wir hier. Ach, und hier haben wir auch noch ein bisschen was übrig. Nehmen wir. Nehmen wir einfach mal. Warum nicht? Dann machen wir uns erstmal ein Käffchen. Und dann würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg. Ich bin mir nur noch nicht so sicher, wohin, ehrlich gesagt. Da müssen wir gleich mal schauen, wohin als erstes. Darin. So. Und derweil, wenn wir hier eh schon kostenloses Feuer haben, mache ich auch noch ein bisschen Wässerchen. Wir könnten auch ein paar Tabletten nehmen, um das Wasser zu cleanen und so. Aber machen wir jetzt vielleicht einfach so, oder? Ja. Ja. Haben wir denn noch Tabletten? Mal kurz gucken. Haben wir eigentlich schon. Könnten wir ein bisschen Zeit sparen. Aber, andererseits, können wir die Zeit auch nutzen, hier mal kurz zu gucken, was wir denn alles so hatten. Vor allem auf der Map. Hier leuchtet es nämlich wie ein Weihnachtsbaum. Unfassbar. Was haben wir denn hier so? Große Geschichten. Die ortsansässigen berichten von einem Sasquatch. Ah, ja. Ja. Ich erinnere mich. Und hier sind wir jetzt, oder? Gemeindezentrum. Und dann könnten wir eigentlich zuerst mal das hier machen. Warum eigentlich nicht? Einfach mal, um zu gucken, was da los ist. Hier das, das ist alles ziemlich weit weg. Inklusive Flugzeug. Ja. Und hier ist auch noch irgendeine Kleinigkeit, oder? Scheint, als hätte hier eine Reihe von Unfallüberlebenden aus dem Schwarzwaldsgefängnis, wo es ins idyllische Tal geschafft. Aha. Ob die Ereignisse in Milton durch die Berge gefolgt sind. Und hier haben wir auch noch etwas. Das ist auch diese Mission. Und dann würde ich sagen, wir sollten uns vielleicht erst mal um den Süden kümmern. Weil er einfach auch ein bisschen näher ist, hier an unserer Station. Und dann können wir uns vielleicht so langsam in den Norden bewegen. Hallöchen, Tom. Wie geht's denn so? Na? Hab ich ja kaum erwartet, dass du hier auftauchst. Aber freut mich natürlich umso mehr. Ich hoffe, es geht wieder ein bisschen besser. Hoffe ich doch mal. Auf jeden Fall ist es schon mal gut, wenn es nicht schlechter geht. Das kann man schon mal festhalten. So. Gut. Jo. Dann starten wir einfach mal und gucken, was passiert, oder? Wie wär's? Haben wir alles ausgeräumt soweit? Ich hoffe. Und ich hoffe im Übrigen auch, dass wir hier noch ein bisschen uns verteidigen können. Wir haben den Revolver, ja. Haben wir denn... Haben wir denn sonst noch irgendwas? Haben wir vielleicht irgendwie Patronen für die Dings... Hier, die, die, die... Ihr wisst schon, ne? Für die Leuchtpistole oder so. Hm. Alter. Sag nicht sowas, ey. Was machst du für Sachen, Mann? Was machst du für Sachen? Zzz. Bist du denn noch... Bist du denn wieder zu Hause? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Mann, 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 Mann. Wie kommt denn sowas zustande? Äh, hier. Schmerzmittel haben wir an der Dingsbums. Antibiotika haben wir auch. Okay. Gut, gut, gut. Was ich aber eigentlich gucken wollte, war ja Dings hier, ne? Ich könnte mir theoretisch auch mitnehmen. Ich will alles mitnehmen. Ich will so viel mitnehmen. Äh, ein bisschen Trinkwasser. Ah, hier haben wir auch noch Trinkwasser. Okay. Lagern wir das hier mal um. Nehmen wir jetzt ein bisschen mit. Jo, gute Besserung. Auf jeden Fall, Mann. Unsicher. Ja, ich warte mal eben ab. Oh, hier. Fünf Minuten ist verbrannt. Und dann trinken wir ihn mal ganz, ganz schnell. Ganz, ganz, ganz schnell. Hm. Ja. Na, ich hoffe, ich will nicht hoffen, dass ich dir irgendwie schade oder so. Wenn es nicht so gut geht, dann besser Pause machen, ne? Weiß Bescheid. Weiß Bescheid. Trinkwasser. Haben wir erfolgreich das Wasser schon erledigt? Okay. Cool. Und wir haben noch fünf Kilo übrig. Gut. Dann nehmen wir einfach einen ganzen Klumpatsch mit. Und, äh, gucken mal. Ob wir es irgendwie durchhalten. Ja, genau. Ist ja auch ein eher entspanntes Spiel. Von daher. Ist okay. Ist hoffentlich okay. Och, hier hat gesagt, äh, ist in Ordnung. Ah. Gut. Äh, waren wir, äh, waren wir eigentlich schon in dem Haus hier? Ich meine, wir hätten eigentlich alles untersucht, ne? Ich meine schon, naja. Der Briefkasten kommt mir bekannt vor. Zwei Meter gegangen draußen. Schon wieder ablenken lassen. Leer. Ja, ja, ja. Hier waren wir schon. Ich will nur nicht in die Weite hinaus. Hm. Zittern. Was, was stand da zu zittern? Weiß es nicht. Gut. Dann ab nach Süden. Ab nach Süden. Wenn jetzt hier noch so ein Kompass eingeblendet wäre, ne? Das wäre eigentlich ganz praktisch. Ja. Irgendwo in die Richtung. Irgendwo da. Puh. Müssen wir hier einmal quer über den Berg oder was? Äh, der wird da aber ein bisschen niedriger. Ist okay. Ich habe keine Ahnung, was ich ausrüsten soll, ne? Vor allem, wenn jetzt hier auch noch die Timberwolves, die Timberwolf-Packs auftauchen. Ähm, ja. Haben wir ja bisher nur einmal gesehen, ne? Im Wesentlichen. Ob wir damit irgendwie klarkommen. Es wird wahrscheinlich, hm. Es wird wahrscheinlich nicht leichter mit der Zeit. Ach, guck mal, wie schön es da leuchtet. Es ist aber bei Tag. Es ist relativ hell erleuchtet. Sehr schön. Gut. Hm. Ja. Der Berg, der wird aber noch ein bisschen höher. Vielleicht können wir da irgendwie so durch. Oder hier so rum. Hier, also laut Map, ne? Die ist jetzt nicht sehr detailliert, aber sieht so aus, als könnte man hier so durch. Ne. Wenn man den stilisierten Bergen, den stilisierten Hügeln da Glauben schenken darf. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall speichert das Spiel hier vor Freude. Dann wisst ihr Bescheid. Wie ist das eigentlich mit dem Revolver? So, ja genau, so zielen. Ja, ja, ja. So zielen. Das ist alles, was man wissen muss. Das steht auch in der Gebrauchsanleitung von diesem Revolver. Ist im Wesentlichen ein kleines Post-it, wo drauf steht, so zielen. Hm. Habe ich mir komplett durchgelesen. Zweimal. Ah ja, aber das sieht wirklich so aus, als könnte man hier durch. Ah ja. Und wie ist das mit diesen Timberwolf-Packs? Tauchen die einfach so aus dem Nichts auf? Oder kann man die auch schon aus der Distanz sehen? Ich würde mal eher Letzteres vermuten. Halt wie die Wölfe, nur in Böse. Hm. Soweit ist eigentlich ausgezeichnetes Wetter, muss ich sagen. Gefällt mir soweit sehr gut. Und, äh, ah ja, hier müsste er schon gleich sein. Sasquatch, ähm. Was haben wir denn da jetzt zu erwarten? Ich bin mir da eine Notiz mit Edge verarscht oder so. Das könnte sein. Da, ein Sasquatch. Killer-Kaninchen. Ich weiß nicht. Da vielleicht. Beim Baumstumpf. Abgelaufen. Na, egal. Ich muss niesen. Ich muss niesen. Ich muss. Ich muss. Wenn ich das sage, dann muss ich bestimmt nicht. Ah. Hm. Hm. Das hilft. Und dann kommt's doch ganz unerwartet wahrscheinlich. Ah. Ein glänzender Lackpalling. Sollen wir die mal mitnehmen? Einfach weil, weiß ich ehrlich gesagt nicht warum. Können wir mal testen. Wir müssen uns vielleicht was draus basteln. So eine schöne große Truhe. Die müssen wir ja auch nutzen. Oder irgendwie lebend zurückkommen. Ähm. Ja. Hier. Hier irgendwie. Aha. Eine Höhle. Also. Und das hier würde ich ja an sich gerne mitnehmen. Aber andererseits so ein bisschen. Was haben wir ja noch? Ob das jetzt nötig ist? Gut. Wenn wir jetzt zurückgehen, dann können wir ja eigentlich zu Hause vorbeigucken. Von daher würde sich das eigentlich gerade ganz gut lohnen. Wenn wir die Zeit noch ein bisschen drücken. Ja. 19 Minuten. Das sieht nicht so schlecht aus. Komm. Wir probieren's. Weil wenn wir hier die paar Meter zurückgehen, dann sind wir eigentlich direkt wieder zu Hause. Und darum lasse ich ihn mal. Gut. Die. 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 Die Pilze oder was? Gut sein. Können aber auch bestimmt irgendwas zu mampfen daraus machen. Mir wurde auch schon mal zugetragen, was man damit machen kann. Ich bin mir aber nicht so sicher, was das war. Irgendwas war da. Untersuche die Höhle. Ja. Ist das eine gute Idee. Wie ist das eine gute Idee? Arznei. Okay. Tee. Stimmt. So ein Pilztee. Pilztee. Das war doch das, wo ich sagte. Weiß ich nicht so genau, ob mir das gefällt. Ja, ja. Das kam mir doch so komisch vor. Oh, was ist denn das? Das ist Esquatsch. So ein Quatsch. Ja. Ja, ja. Gefrorene Leiche. Können wir ihm vielleicht seinen kuscheligen Anzug abnehmen? Wir gucken erstmal hier ein bisschen rum. Schweinefleisch mit Boden. So ernährte sich also dieses Fabelwesen. Nix. Schlafsack. Ähm. 77 Prozent. Ich glaube, der ist nicht besser als das, was wir haben. Und ein Büchlein. Gut. Und ein ausgebranntes Lagerfeuer. Ja. Schauen wir mal. Können gleich mal gucken, wie viel unserer hat. Ah, tatsächlich. Wolfspelzmantel. Gut. Gut. 100 Prozent. Was? Aber drei Kilo ist ziemlich schwer. Oh ja. Hm. Ja, ich glaube, das hat sich. Ruhe in Frieden. Ach ja. Ähm. Äh. Wo ist denn unser Schlafsack? 82 Prozent. Ist besser. Der ist besser. Aber. Was ich echt gern mal ausprobieren möchte. Ist natürlich. Der hier. Oh ja. Oh ja. Macht uns aber langsamer. Ist aber heute ja vielleicht ganz gut. Wir wollen ja ein bisschen entschleunigen. Von daher. Ziehen wir mal an. Und der hier ist aber nicht besser als das, was wir hier anhaben. Okay. Plus vier und plus zwei Grad Celsius. Nicht schlecht. Und den hier könnten wir auch noch ein bisschen reparieren. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Maßnahme. Wie viel sind wir? Ach, wir sind ja nicht so viel. Äh. Über. Überpackt. Da machen wir vielleicht mal einen Schluck Wasser. Dann ist wieder gut. Ähm. Ähm. Hier. Trinken. Nein, ich hätte erst mal essen sollen. Egal. Ach ja. Was? Was schmiegt ihr da schon wieder für Pläne? Ganz komische Sachen lese ich da schon wieder im Chat. Ich guck mal dezent weg, ja. Ich guck einfach mal ganz bewusst weg. Ähm. Was esse ich denn hier? Irgendwas. Äh. Das war jetzt blöd. Das macht wieder Durst. Aber andererseits, wir müssen ja ein bisschen gewichtlos werden. Wir müssen ja ein bisschen Wasser in Pipi verwandeln. Damit das nicht so schwer auf unserem Rücken wiegt. Gut. Ausgezeichnet. Wir sind immer noch ein bisschen überladen. Aber ich hoffe mal, die paar Gramm sind jetzt nicht so schlimm. Sagte er. Und brach sich den Knöchel in fünf Teile. Wahrscheinlich. Äh, sie. Meine ich natürlich. Gut. Dann gehen wir erstmal zu Hause vorbei. In unserem Hauptquartier. Und laden ein paar Sachen ab. Können auch vielleicht das Fleischdreck mal brutzeln. Können wir machen, oder? Da hätten wir das. Ja, und die Hoppelhäschen, die brauchen wir jetzt nicht wirklich. Also da haben wir jetzt. Da haben wir jetzt nicht so die Not. Dass wir das jetzt machen müssten. Gut. Theoretisch würde ich dann... Ich weiß nicht, ob der Tag das jetzt noch zulässt. Aber ich würde dann hier auch gerne vorbeigehen direkt. Vielleicht machen wir es besser am nächsten Tag. Und nehmen direkt die beiden hier mit. Das wäre vielleicht was. Ja, vielleicht eine... Die schlauere Aktion. Es ist aber erst Mittag. Es ist eigentlich erst Mittag. Hm. Hm. Ich kann mich nicht entscheiden. Irgendwie müssen wir die Zeit herumkriegen. Wir können auch erst mal irgendwie Reparaturarbeiten machen. So könnten wir auch tun. Ich weiß aber nicht, ob wir damit wirklich den ganzen Tag bis abends dann rumkriegen. Ist wahrscheinlich gar nicht so weit weg alles, ne? Es wirkt immer so weit weg. Finde ich. Auf der Map. Aber eigentlich ist man relativ schnell da. Ein bisschen ist das... Da müsste auch eine Straße entlang führen, ne? Hm. Hm. Naja, aber egal. Wenn wir da unten sind bei unserem Häuschen, dann müsste es eigentlich irgendwie auch da lang gehen. Andererseits ist das Symbol so ziemlich in den Felsen da. In den Berg eingezeichnet. Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Zeichen ist. Dass wir da rumkraxeln müssen. Jo, aber da ist schon wieder das leuchtende Gebäude. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist das da? Ist das das Wrack? Da? Auf jeden Fall leuchtet da irgendwas, oder? Und wir in die Richtung gucken. Jaja, das könnte es sein. Das könnte es sein. Krass. Was von hier aussieht. Naja, wie gesagt. Alles nicht so mega weit weg. Die Sicht ist aber halt auch Bombe heute. Die Sicht ist richtig gut. Sicht ist richtig gut. Ja. Wenn man so voll gefressen ist, dann ist das mit dem Sprechen manchmal nicht so leicht. Ich nehme noch ein Schluck Energy Drink. Hm. Vielleicht sehe ich dann auch gleich alles Magenta. Hatten wir ja auch schon, ne? Hatten wir ja auch schon. Gut. Hm, das sind hohe Berge. Also da oben hin, ich weiß nicht, ob das so einfach wird. Wenn man richtig, richtig kräftig werfen kann, kann man einfach ein Seil da über die Spitze, so von hier unten, sich dann da hochziehen. So mit ein paar Käffchen könnte das funktionieren. Bevor ich hier gegen die Tür schieße, ich habe da so ein kleines bisschen Bedenken, irgendwo hinzuklicken, wenn ich eine Waffe in der Hand habe. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin nicht ganz zentriert, oder? So vielleicht irgendwie. So, Kollegen. Erstmal ein bisschen hier Fleischen legen. Hallo. Die sind eigentlich die Stats hier vom Schlafsack. Sehe ich so nicht. Sehe ich so nicht. Haben wir noch einen zweiten Topf? Haben wir noch einen zweiten Topf? Wäre meine Frage. Ja. Tatsächlich. Gut. 64%. Joa, das pimpt mir noch ein bisschen. Garen. Und, äh, Garen. Schön. Sehr, sehr gut. Dann können wir eventuell unsere Jacke mal ablegen, die wir gerade nicht brauchen. Die ist mir, glaube ich, ein bisschen zu gut zum Zerlegen. Vielleicht behalte ich die erstmal. Ähm, hier. War das die? Wahrscheinlich. Das ist die ausgezogene, ne? Äh, ach so. Ich wollte gerade sagen, warum ist denn hier alles leer? Aber das ist nur die Kategorie. Okay. Ich dachte schon, man hätte uns bestohlen. Das machen doch sonst nur wir. Würde ich jetzt ja gar nicht verstehen, was da passiert ist. Das nehme ich mit. Zedernholz. Joa. Ist ein bisschen schwer natürlich. Wiegt ein bisschen schwer in der Tasche. Aber egal. Ähm. Wir haben eigentlich ein bisschen zu viel Werkzeug, oder? Ähm. Die Pfeile, die werden wir auch erstmal nicht brauchen, weil wir haben ja eh keinen Bogen. Könnte man sich halt mal machen. Ich nehme vielleicht auch nur zwei von denen hier mit. Den auch mal zwei. Ja, ein bisschen was abladen. Sonst ist alles so schwer. Ach doch, wir haben einen Bogen. Wir haben einen Bogen. Sag doch was. Das ist mir schon ganz entfallen, dass wir den haben. Na gut, dann nehme ich den mal mit. Ich muss den halt nur mal benutzen. Ich weiß nur nicht genau, für was. Wir jagen doch eh nie. Und gegen die Wölfe? Hm. Vor allem gegen so ein Pack. Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube eher nicht. Hm. Ja, viele Upsis. Ja. Vielleicht nicht so viele wie bei so einem Doom 3 oder so. Wobei. Wobei. Mal gucken. Auf jeden Fall vielen Dank für den Besuch. Lieber John und viel Spaß. Viel Spaß auf deinen Reisen und Abenteuern. So. Wie sieht es hier aus? 18 Minuten, 20 Minuten. Okay. Hm. Der Weg ist weit. Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht treffen wir ja Bären, die sich das Bogenschießen beigebracht haben oder so. Wer weiß. Soll ich in der Zwischenzeit was essen vielleicht? Was? Das bringt so wenig? Ach so. Das war ja auch nur das kleine Teil. Das war nur das kleine Teil. Ja. Das bringt mehr. Ich habe mich schon gewundert. Gut. Trotzdem haben wir jetzt so ein Kilo Fisch einfach. Okay. Warum eigentlich nicht? Von wegen Fresskoma. Vielen Dank für den Besuch, lieber weißer Kadaver. Und bis dann. Ich wollte gerade sagen, grüß mir den John. Ist wahrscheinlich jetzt nicht notwendig. Aber ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Gut. So. Acht Minuten. Acht Minuten. Ich warte einfach mal drauf. So. Nehmen. Und darauf können wir auch noch warten. Nehmen. Gut. Ein Töpfchen nehme ich mit. Der andere kann da vor sich hin rösten von mir aus. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel jetzt mitnehmen soll hier am Fressen. 100 Prozent. Ein bisschen was können wir hier lassen auf jeden Fall. Ein bisschen können wir mitnehmen, aber puh. Ja. Ja. Eigentlich haben wir genug. Und jede Menge Wasser. Brauchen wir vielleicht auch nicht ganz so viel. Zack. Fertig. So. Wie sieht es denn tageszeitmäßig aus? Ist immer noch Mittag. Komm. Wir gehen jetzt einfach los. Wir gehen jetzt los. Wir probieren mal das andere Ziel da zu erreichen. Und schauen, was passiert. So. Wir können ja auch nachts rumwandern. So ist es jetzt ja nicht. Glaube ich. Also. Mal gucken. Ich speichere trotzdem mal. Zur Sicherheit. Gute Voraussetzungen. Ja, stimmt. Das sind wirklich ganz gute Voraussetzungen hier. Überschreiben. Und zwar. Auf den Weg gemacht. So. Zack. Und weiter. Irgendwo in die Richtung wahrscheinlich. war im Zug nicht so geil. Na sowas. Das hätte ich jetzt ja überhaupt nicht erwartet. Hm. Wie konnte denn das passieren? Na sowas. Wie ist es denn eigentlich in der Klinik? Hast du da. Hast du da WLAN? Ganz regulär? Oder. Ich weiß gar nicht, wie das inzwischen so ist. Hat man im Krankenhaus WLAN heutzutage? Oder. Oder explizit nicht? Du musst da jetzt. Was weiß ich. Dich mit LTE. Bemühen. Oder so. Wenn es denn das gibt. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Frage. Gut. Das sieht mir aus. Wie eine Straße. Das ist eine Straße. Oder? Eigentlich. Wenn hier nicht gerade alles. Wenn hier nicht gerade alles verschneit ist, ist es wahrscheinlich eine Straße. Und was wurde hier transportiert? Sehr interessant. Free auch noch. Na immerhin. Dann kann das aber nichts sein. Wäre besser, wenn man bezahlen müsste. Könnte man sich wenigstens beschweren, wenn es ausfällt. Also kann man auch so. Nutzt wahrscheinlich so und so nichts. Aber hey. Dann hätte man zumindest noch einen Grund mehr, sich zu beschweren. Ist das dann ein Baumstamm, glaube ich? Alrighty. Was hier passiert eigentlich? Blitzeinschlag, wa? Präzise auf den. Auf den. No ja. Stein gefallen. Auf den Hügel gefallen. Mhm. Na ja. Und da vorne. Ja, ja. Es leuchtet uns einfach die ganze Zeit so ein bisschen an. Da hinten die Stelle. Aber darum werden wir uns... Darum werden wir uns später kümmern. Genau. Hier geht es so langsam nach Nordwesten. Ich biege dann gleich mal hier links ab, würde ich sagen. Ein Schlafsack müsste ich ja noch dabei haben. Wir haben eigentlich auch relativ warme Kleidung. Vielleicht könnte es sogar klappen, unterwegs ein Lager aufzuschlagen, wenn es denn nötig sein sollte. Oh ja. Oh ja, da. Es zoomt leider nicht mit dieser Waffe hier, aber ihr seht schon, ne? Ja, fackelt es gut. Ja, fackelt es ganz schön. Vielleicht sollten wir doch bald mal dahin. Ansonsten sind die ganzen Überreste da. Insulin und so, was wir da holen sollten. Verbrannt wahrscheinlich. Naja, andererseits, wenn es bis jetzt nicht verbrannt ist, dann... No way. Wow. Was? Ich meine, klar, Erdbeben und so, das ist hier ein Thema, schon länger. Aber damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Boah, dieses Geräusch. Ja, heilige, alles klar. Und wir befinden uns gerade, oh, wir müssen weiter nach links, auf dem Weg zu einem Berg, ne? Hm, schön. Ich freue mich. Ui. Hm. Mal gucken, ob der Weg noch ein beschwerlicher wird. Erdbeben und so, das ist korrekt. Hallöchen, Neverdark. Oh, Mann. Obwohl ich kein Black Mesa spiele, schaust du hier rein. Das freut mich natürlich doppelt. Wenn du trotzdem einmal wegen dem Ochi vorbeischaust vielleicht. Weniger wegen dem Spiel. Hallo, wie geht's denn so? Was macht das Wochenende soweit? Ah, hier irgendwo? Wird ein bisschen windig, wa? War? Entschuldigung, der Energy Drink. Puh. Der Energy Drink und das viele Hühnchen, das ich gerade noch verspeist habe. Ja, hier ist es tatsächlich so ein bisschen bergig. Hier ist es so ein bisschen bergig. Mal gucken, ob wir da durch müssen irgendwie. Aha. Hm. Vielen lieben Dank schon mal vorab. Soweit alles gut. Soweit alles gut. Ich hoffe, das Fresskoma wird mich nicht zu hart ereilen. Aber ansonsten alles gut. Hier, Resub, ne? Die Stelle da ist noch frei. Siehst du das? Kannst du dir holen. Können wir da mal ausprobieren, ob das funktioniert mit der Anzeige. Hm. Ja gut, ich kann ja noch gar nicht so lange hier Subs kriegen. Von daher gibt es auch noch keinen Resub. Das ist eigentlich ganz logisch. Das ist ja aber relativ flach. Das sind hier, das sind hier zwar so ein paar Felsen, aber eher vereinzelt. Sonst ist das Ländchen hier eigentlich recht flach. Ist okay. Habe ich überhaupt nichts gegen. Aha. Was ist denn das? Aha. Oh. 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 Was ist denn hier passiert? So viel zu feilen, ne? So viel zu feilen. Bogen, ja. Das wäre hier aber eine gute Stelle, um zu pausieren, glaube ich. Um zu kampieren. Und da ist hier wieder ein Gefangener, wa? Hm. 80 Prozent. Ja, es geht noch. Es geht noch. Thermounterwäsche nehme ich mal mit. Was soll's? Oh, den Pfeil können wir nehmen. Sehr schön. Sehr gut. Die Dose brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so abgut. Ähm. Zumindest nicht die leere. Die andere hier nehmen wir uns gleich. Notiz. Ja. War offenbar ein Brause-Diebhaber. Oh. Hier geht es noch ein bisschen rein. Ja, hier ist aber cool. Wenn hier nicht gleich ein Bär rauskommt, finde ich das eigentlich ganz cool. Nur Holz. Ja, ja. Das geht. Dann könnten wir uns vielleicht auf den Weg machen zum nächsten Ziel. Und dann, falls wir hier wieder es zurückschaffen sollten, hier kampieren. Ja, mal schauen. Ja, da ist was dran. Das ist vielleicht nicht das beste Zeichen. Das stimmt schon. Ja, aber hey, man muss halt nehmen, was man kriegt, ne? Vielleicht können wir den ja so ein bisschen wegschaffen. Ach, bis wir zurück sind, ist bestimmt schon Schnee über die Sache gewachsen. Äh, gefallen, meine ich. Ja, mal gucken. Und dann müssten wir eigentlich irgendwie in die Richtung weiter, ja? Sehe ich das richtig? Ja, ja, hier kreisen auch schon die Vögel, ne? Tatsächlich. Ah, das kann man natürlich auch aus der Distanz nutzen, ne? Ah, das ist ein Zeichen. Interessant. Die hat er bestimmt in der Tasche oder so. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt passieren konnte sonst. Keine Ahnung. So. Okay. Na, Navigationsgenie Ochi muss nach Vögeln Ausschau halten. Ja, aber wirklich. So ein bisschen Guck in die Luft kann man halt schon machen. Um sich ein bisschen, hm, oder was? Ein bisschen Übersicht zu verschaffen. Also, falls da halt jetzt, ne, da ist auch wieder ein Turm. Da ist ein Turm. Falls jetzt hier wirklich irgendwo wieder Leichen rumliegen. Natürlich. Wir wollen es ja nicht hoffen. Oh, da ist eine Brücke. Ach, da ist die Brücke, wo wir schon mal rübergegangen sind, glaube ich. Ja, 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 ja. Und merkt ihr was? Es ist so am stürmen. Aber die Kälte kommt gar nicht, ne? Ich glaube, unsere Kleidung ist ziemlich gut. Ich glaube, unsere Kleidung ist wirklich gut hier. Vor allem dieses, ähm. Dieses Wolfsfell, das wir da gefunden haben. Fun Fact. Richard und ich haben uns letztens im Büro, so gegen Feierabend, mal so eine Tabelle angeguckt. Mit verschiedenen The Long Dark Gegenständen und Stats. Und ich glaube, das Wolfsfell, das war relativ weit oben mit dabei. Ist halt auch ziemlich schwer mit drei Kilo. Aus. Swer. Das stimmt allerdings. Die Hand ist nicht so sonderlich geschützt. Wir müssten doch aber eigentlich... Hier, solche Handschuhe haben wir nämlich an. Sieht man gar nicht. Komisch. Hm. Hm. Das ist doch eigentlich ein bisschen merkwürdig. Andererseits wüsste ich nicht, wie wir mit solchen Handschuhen eine Waffe, also einen Revolver vor allem, bedienen sollen. Da habe ich keine Idee. Warum gehe ich denn immer in diese Richtung? Naja, gut. Der Grund ist, dass hier dieser Berg ist. Soll ich halt versuchen, hier hochzugehen? Das ist halt der etwas direktere Weg, aber es geht halt bergauf. Stimmt, wenn es dann darauf ankommt, dann ist diese Bewegung hier auch wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Dann müssen wir erstmal... Also, falls es jetzt hart auf hart kommt, müssen wir erstmal ein Feuer machen. Und es dann nochmal versuchen, weil es fehlt. Und dann können wir uns so ein bisschen die Hände aufwärmen. Und dann können wir schießen. Ja. Oh. Erschreckt mich doch nicht so. Alter, warum wieder das verstauchte Handgelenk? Du sollst doch hier nicht im Handstand hoch, Mann. Äh, Frau, meine ich natürlich. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Jetzt auch noch die andere Hand. Jetzt kann ich die Waffe nicht mehr tragen, oder was? Ja, lecko mio, ey. Ich wusste doch, das ist eine doofe Idee. Äh, nja, nja, nja. Okay, Behandlung, komm. Äh, machen wir halt. Haben wir denn? Ja, haben wir. Verwenden, sturzen. Eigentlich hätte ich erstmal komplett hochgehen sollen, bevor sie gleich wieder... Man weiß es nicht so genau. Verwenden. Ja, geht. Das geht. Wir sind auch noch nicht mal überladen. Wir sind auch noch nicht mal überladen. Passt doch eigentlich. Behaupte ich. 32 Kilo. Das ist doch, ey. Ist doch nix. Ganz ehrlich. So, das mache ich doch mit links. Normalerweise. In meinen Träumen. In meinen wildesten Träumen. Jetzt müssen wir gleich wieder runter. Und das ist dann noch brutaler. Das ist dann noch schlimmer. Wahrscheinlich wirklich. Darf ich denn jetzt wieder... Ja, danke. Vielleicht sollte ich auch die Waffe nicht tragen, während wir hier hochkraxeln. Im Handstand. Wird's aber... Wird's aber bergiger. Um die... Ach, da kommen die Schatten her. Das wollte ich mich schon beschweren. Das geht ja gar nicht, dass da die Schatten durchkommen. Aber die kommen ja von der anderen Seite. Scheiße. Ist das ein ganzes Pack? Ja. Ich glaube schon. Fuck. Hm. Das hat halt so ein bisschen was gebracht. Oh, da kommt der trotzdem. Kommt der trotzdem her. Scheiße. Leichte Prellung. Okay. Hm. Da kommen die nächsten. Au. Platzwunde. Fuck. Ich frage mich gerade. Habe ich mal so eine nehmen sollen. Anzünden. Ja, mach mal. Vielleicht hilft's ja. Ich weiß es nicht. Äh. Äh. Weiß ich nicht. Das hält die vielleicht ein bisschen ab. Nur leider geht die Dings nicht runter. Ah, ja. Hier, die, die, die... Motivation da, die geht nicht runter, ne? Komm. Ist nicht cool. Äh. Okay. Äh. Ja, fast. Komm, 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 komm. Nein, klick. Nachladen. Schnell. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Du musst nicht alle Patronen nachladen. Äh. Eine reicht. So, 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 so. Fuck. Scheiße. Die sind hartnäckig. Ui, die sind hartnäckig. Wir haben aber keine Leiden davon getragen. Das ist cool. Ui, 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 ui. Die Patronen, die werden nicht lange halten. Ja, ja. Diese Anzeige sehen wir schon öfter. Das sehe ich ein. Irgendwann muss es natürlich passieren. Hm. Ist ja auch nicht so, dass ich nicht schon damit gerechnet hätte. Ich, ich sehe es ja ein. Ich sehe es ja ein. Wir müssen die Wölfe aber irgendwie... Wir müssen da anders gegen vorgehen, weil... Es hat jetzt so viele Schuss gekostet. Es hat jetzt so viele Schuss gekostet. Wir können halt versuchen mit den, mit den, mit den Bogen die anzugreifen, aber... Das, was nutzt... Ah, da hinten läuft schon wieder einer. Gut, vielleicht ist das der von eben. Das weiß ich nicht. Aber hier müsste es eigentlich dann gleich sein. Ah, ja. Ah, mal gucken. Ich finde hier ja wieder eine Höhle. Konnten hier auch eine Rast machen dann? Falls hier wirklich eine Höhle kommt. Ah, ja. Testen wir. Ist ja eigentlich schon ganz schön hier, ne? Wenn es halt nicht so tödlich wäre. Hm. Wir haben auch ziemlich Hälfte eingebüßt. So ein kleines Schläfchen wäre eigentlich nicht schlecht. Habe ich... Habe ich Tee mitgenommen? Ich glaube eher nicht, ne? Ich fürchte fast das nicht. Naja, lass mich raten. Jetzt müssen wir wieder ins Tal runter. Oh. Ist ja schon vorbei. Ach so. Gleich hier. Ach, hier ist eine Höhle. Ach so. Da ist auch viel dazu. Habt ihr bestimmt schon alle gesehen. Ich nicht. Die Pilze haben wir ja nicht abgelagert, ne? Könnten wir testen. Beschreibung vom Straftäter. Vorratsversteht. Äh, die ganzen Sachen lesen wir uns auch gleich mal durch. Warum eigentlich nicht? Suche nach dem Geheimversteht. Ach so. Siebenhundertprozent, ist gut. Ausgezeichnet. Da können wir uns hier eigentlich mal richtig schön gemütlich machen. Ich würde allerdings lieber ein Feuer hier drin machen, ehrlich gesagt. Wenn das denn geht. Hier irgendwo so hinten in der Ecke. Oh, haben wir ein Bettchen? Bett, tatsächlich. Nehmen wir aber trotzdem lieber unser Dings, ne? Bettwärmebonus ist halt nicht viel. Da wird bestimmt der hier besser sein. Ich guck mal eben. Moment. Wärmebonus ist ja 4,1. Das ist jetzt auch nicht so viel. Aber erst mal ein Feuerchen. Ham. Was? Leiche? Da ist ne... Da ist aber keine Leiche, oder? Hab ich ja was übersehen? Oh, Geheimversteck. Ach so. Ist das vielleicht das? Ach, das war ja easy. Ja, Revolver... Ja, 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 ja. Nehme ich. Oh. Oh, das ist ja richtig nice. Cool. Dann können wir direkt wieder sterben, weil wir zu überladen sind. Okay. Cool. Ja, ich hoffe... Wir müssen halt mal ne Stunde hier testen zu pennen. Ohne Feuer. Ob das funktioniert. Oder ob wir dann erfrieren. Gut. Den haben wir. Hier war aber ansonsten auch keine Leiche, oder? Glaube ich nicht. Also außer die da. Außer die da so. Na gut. Leuchtet da was? Das war nur ein Grafik-Bug. Ich glaube, das war nur ein kleines Backchen. Gut. Lageraktion. Bam. Ich mach aber vielleicht jetzt noch kein Bam. Ich lese erst mal. Ich lese erst mal ein bisschen. Hier. Da. Genau. Das haben wir wahrscheinlich schon, ne? Vermute ich. Vermute ich. Alte Knacker hat sich aus dem Staub gemacht. Gott weiß wohin. Aber er muss irgendwo Ausrüstung zurückgelassen haben. So langsam gehen wir die Optionen aus. Weiß ich nicht, ob wir ja schon gelesen haben. Aber es wird auch wieder auf irgendeinen Punkt auf der Karte referenzieren. Und Diözese-Bericht haben wir, glaube ich, schon gehabt. Notiz eines Straftäters. Die erste, die wir gefunden haben. Irgendwas da draußen jagt uns. Hab die nicht kommen sehen. Dachte, wir hätten sie unten bei der Straße abgeschüttelt. Haltet die Augen auf, Leute. Sonst kommen wir hier nie raus. Ja. Hat sich wohl erledigt. Und ein Vorratsversteck. Nimm den Kram, um von hier abzuhauen. Die Hügel nehmen kein Ende. Aber es gibt keinen anderen Weg. Das Ding ist immer noch da draußen. Okay. Ob die damit wohl den vermeintlich eingeborenen meinten, den wir gefunden haben. Sasquatch und so. Vielleicht. Gut. Dann machen wir uns das jetzt hier richtig gemütlich. Also. Was nehmen wir denn als Zunder? 95% davon Chance. Okay. Achso, ist ja auch ein Buch. Ist ja auch ein Buch. Mach das mal so. Tue er dich so. Prost. Und wir müssen uns gleich schön einen Energy Drink über dem Feuer warm machen. Mhm. Lecker, lecker, lecker. Das spült den Körper richtig gut durch. So. Und jetzt noch ein bisschen Brennstoff. Kohle. Kohle ist cool. Kohle ist, beziehungsweise nicht cool, sondern eher warm. Oder erst mal das Holz hinzufügen, hinzufügen. Es brennt auch gut. Es brennt auch lang. Oh ja. Ja, ist okay. Jo. Und dann machen wir einmal... Moment. Wir probieren mal was. Und zwar müssten wir doch eigentlich die Pilze irgendwie verarbeiten können, oder? Zubereitete glänzende Lackpollinge. Genau. Was? Craft eine Patronin. Ah, genau. Irgendwie so. Vielleicht ist damit auch Portionen gemeint. Ich weiß es nicht genau. So. Und dann. Und dann und dann und dann. garen wir uns. Hier. Den Tee. Das Immunsystem, das ist gut. Ähnlich wie ein Antibiotikum. Ja, gut. Ist nicht ganz das, was wir brauchen wahrscheinlich. Aber vielleicht nutzt es ja trotzdem. Wir testen es. Immunsystem kann nie schaden. Gut. Und dann machen wir vielleicht noch was Warmes zu essen. Was hat die schlechteren Stats, die hier, ne? Ja, komm. Probieren wir es. Oh, hab ich einen Dosenöffner dabei? Ich hoffe. Ja. Sieht fast danach aus. Wir haben doch so viel Krempel. Da ist bestimmt auch ein Dosenöffner dabei. Jawohl. Gut. Der braucht sechs Minuten. Die brauchen elf Minuten. Dann lohnt sich ja kaum hier was zu reparieren. Weil. Was ich gern machen würde. Ist die hier reparieren. 68 Prozent. Wie lange dauert es? Eine Stunde. Was? Das können wir vor dem Pennen vielleicht noch machen. Das können wir eventuell noch machen. Aber bis dahin ist ja alles verbrutzelt. Daher trinken wir erstmal. Machen wir es lieber morgens. Wenn es noch so ein bisschen dunkel ist. Weil ich würde eigentlich eher gerne essen und trinken. Und mich dann ein bisschen hinlegen vielleicht. Damit es auch schön wirkt. Andererseits fast noch ein bisschen früh zum Pennen. Wirklich noch ein bisschen früh. Ja. Naja. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Gut. Gut. Ausgezeichnet. Und dann. Und dann. Dann. Mh. Wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Ob wir vielleicht auch Tee haben. Ne. Ansonsten nicht. Das haben wir hier keinen. Naja. Gut. Ich leg mich jetzt einfach mal ein bisschen hin. Wie lange hält das Feuer noch? Eine Stunde. 38. Äh. Njam. 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 Machen wir mal die zwei Stunden voll. Dann mache ich erstmal zwei Stunden schlafen. Gucken wie viel das bringt. Auch so healthmäßig. Vor allem healthmäßig eigentlich. Oh. Und dann können wir gleich mal einen Folgencut machen. Am nächsten Morgen. Das wäre eigentlich nicht so schlecht. Ist wahrscheinlich warm genug. Müssen wir mal testen. Es hat auch nicht so viel health gebracht. Wie ich mir es erhofft habe. Ne. Ja. Gut. Dann machen wir nochmal zwei Stunden. Gucken mal ob wir erfrieren. Schlafen. Egal. Di. 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 Und. Nö. Ist alles gut. Alles gut. Dann saufen wir noch ein bisschen was. Und dann pennen wir weiter. Genau. Erstmal ein bisschen Fruktose. Haltigen Mais Sirup. Trinken. Dann wird alles gut. So. Und noch ein bisschen. Ein bisschen Fisch. Super. Das ballert die Stats natürlich nach oben. So. Wie sieht es denn aus? Das sieht gar nicht so dunkel aus. Ist aber mitten in der Nacht. Eigentlich. Machen wir mal ein ordentliches Schläfchen. Und hoffen das Beste. Dass es nicht irgendwie akut kalt wird. Auf einmal in der Nacht. Du bist gestorben. Ne. Wunderbar. Gut. Gut. Sieht auf einmal ein bisschen anders aus. Ja. Haben wir sogar noch ein bisschen Zeit übrig. Ach. Dann können wir auch noch. Ja. Noch ein bisschen länger. Dann machen wir uns auf den Rückweg. Ja. Einfach nochmal Schlummer-Taste. Gut. Gut. Ja. Ja. So sieht es sehr schön aus. Die Dose brauche ich glaube ich nicht unbedingt. Den hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Ansonsten das Bett. Das kann ich hier nicht irgendwie abpflücken oder so. Sieht nicht danach aus. Wie das da auch leuchtet. Wie die Kiste da einfach leuchtet. Oh. Ist wirklich ein bisschen. Oh. Oh ja. Guck mal wie es runter geht. Das ist ja krass. Auf einmal. Ah. Ich hätte lieber die Reparatur machen sollen. Als nochmal zu pennen. Naja. Egal. Wie das halt immer so ist. Hm. Nein. Besser nochmal rumdrehen. Ja. Ja. Es ist kälter geworden. Dann sind... Hm. Sollen wir uns nochmal ein Feuerchen machen. Für ein bisschen... Weiß ich gar nicht was. Äh. Nochmal. Lackbrawling ist nicht drin. No. Oder was warmes Essen. Warmes Essen könnten wir. Bevor wir losgehen. Lohnt sich das jetzt? Naja. Wenn wir es halt haben. Wenn wir es halt haben. Nur noch 5 Stunden. Ja, ja. Achso. Und ich wollte doch eine Aufnahmepause machen. Sag doch was. Doch schon wieder 47 Minuten. Unfassbar. Komm schon. Komm schon. Wenn das jetzt fehlsteht, ist es ein bisschen doof. Ist doof gelaufen. Perfekt. Perfekt. Garen. Was garen wir denn schönes? Gleich erstmal hier im Topf. Hm. Genau. Sowas hier. 11 Minuten. Das könnte perfekt passen. Ist das unser Magen, der da solche Geräusche macht? 11 Minuten. 15 Minuten. Super. Weißt du was? Dann nutze ich diese Gelegenheit, um für die Aufnahme einmal zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und dann machen wir das nächste Mal weiter mit dem Rückweg. Und dann müssen wir uns, wenn wir wieder unsere Basis erreicht haben, das nächste Mal in Richtung Norden aufmachen. Vielen lieben Dank und bis demnächst dann. Macht es gut. Und tschüss.